Ja moin ihr Lieben, willkommen zurück. Willkommen zum aktuellen Video und ich habe eine Frage eines Zuschauers bekommen, die eigentlich auf dem ersten Blick sehr einfach ist. Ich habe die dann auch als Podcast gemacht. Ich habe gemerkt, da gibt es eine Mordsreaktion drauf und das hatte ich auch noch nicht. Ich wurde gebeten, die auch noch mal als Video zu machen, da man da besser drunter kommentieren kann. Von daher, ich stelle die Frage stellvertretend, sage meine Meinung dazu und dann seid ihr gefordert. Also dranbleiben. Hoffentlich spannend. Ja moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja eine schöne Sache. Der Günther, ein Zuschauer von mir und auch Workshop-Teilnehmer von mir, hat mir in den letzten Tagen, in den letzten Wochen so einige seiner Gedanken mitgeteilt und auch ein paar Fragen. Und eine fand ich wirklich sehr, sehr gut und die möchte ich hier mal zur Diskussion heute stellen, weil ich glaube, das betrifft uns alle, das geht uns alle an. Und zwar seine Frage, wie stark wird die eigene fotografische Kreativität durch den Konsum von Bildern im Internet beeinflusst? In Klammern, positiv wie negativ. Hat das Betrachten von Bildbänden oder Ausstellungen und so weiter dahingehend eine andere Wirkung? Ja. Wenn wir mal ehrlicherweise so unser eigenes Nutzungsverhalten im Internet mal anschauen und da fordere ich mal jeden von euch auf, der bei Instagram ist, bei Vero, wo auch immer, wieso das typische Nutzungsverhalten dort ist, wenn man ein Bild reinstellt. Und ich habe das schon sehr häufig gesagt, in was für rasenden Geschwindigkeiten da Bilder hochgeladen werden. Eine Flut von Bildern, ein Überangebot von Bildern. Und da stellt sich natürlich die Frage, und die stelle ich mir auch oft und das merke ich auch an meinem Nutzungsverhalten, gucke ich mir diese Bilder denn wirklich in Ruhe an? Ist das das Portal oder ist das das Medium, um sich in Ruhe Bilder anzuschauen? Das lasse ich mal so dahingestellt. Natürlich gibt es unterschiedlichste Portale und ich bin ja auch auf unterschiedlichsten Portalen unterwegs. Und ja, ich glaube einfach, und das stelle ich bei mir ganz, ganz stark fest, wenn ich das mal vergleichen sollte, Ausstellungen oder in erster Linie, das wisst ihr, Bildbände. Man sieht es hier hinten, ich habe hier diese Rubrik Lesestoff auf meinem Kanal. Im Übrigen eine der schlecht laufendsten Rubriken auf meinem Kanal mit den wenigsten Klicks, Kommentaren und Aufrufen. Aber ganz ehrlich, das ist mir egal, weil für mich sind Bildbände fast, dadurch, dass hier nicht, dadurch, dass in meiner Region nicht so viele Ausstellungen stattfinden, sind Bildbände die Inspirationsquelle Nummer eins. Weil ich habe da die Zeit, zum Beispiel den Künstler kennenzulernen, also ihn zu verstehen, seine Arbeiten zu verstehen. Die Bilder wirken ganz anders. Wenn ich mal meine zwei liebsten Bildbände der letzten Zeit nehme, von Alan Scheller, Metropolis und von Phil Penman, New York Diaries. Diese beiden Bildbände haben mich wirklich und faszinieren mich heute noch und das sehe ich einfach daran, dass ich sie immer noch und immer häufiger auch zur Hand nehme. Und gerade die Bilder auch, gerade der Bildband von Phil Penman zum Beispiel, da sind Bilder, da entdeckst du die Geschichte, die Story, die Message nicht, indem man da mal eben durchswipet auf seinem Handy, sondern wenn man die in einem vernünftigen Format halt sieht, da ist so viel drin, da ist, gerade wenn man sich ein Bild länger anschaut. Oder halt, wenn ich mal überlege, durch meine letztes Jahr vier Aufenthalte in Nürnberg, dadurch, dass die Leica-Galerie ja da oben über dem Store ist, habe ich unterschiedliche Ausstellungen dort gesehen, da vorzustehen, die Bilder groß gedruckt zu sehen, hat einen ganz, ganz anderen Einfluss. Und deswegen diese Rubrik Lesestoff zum Beispiel bei mir. Wie gesagt, da sind wir auch wieder beim Thema, wenn ich alles hier nur mache, um den größtmöglichen Nutzen zu ziehen, müsste ich diese Rubrik eigentlich einstellen. Weil das ist die schlechteste Rubrik, aber mir ist es wichtig, Bildbände, die ich gelesen habe, die ich wichtig finde, halt zu zeigen und halt auch wirklich dort vorzustellen. Und nicht aus monetären Gründen oder weil ich da die meisten Aufrufe kriege, das ist mir egal. Also dann müsste ich es einfach einstellen, mache ich aber nicht. Und wenn ich auch mal überlege, wenn ich so durch die Social-Media-Accounts nur der letzten Monate gehe, wie viele Bilder sind mir da nachhaltig im Kopf geblieben, die ich dort gesehen habe und die sich bei mir gespeichert haben. Da fallen mir wirklich nicht so viele ein. Klar, es gibt einige, da sind wir wieder beim Thema von Freunden und Bekannten, selbstverständlich. Da gibt es Bilder, die im Kopf geblieben sind. Aber die nachhaltigsten Bilder, die bei mir im Kopf sind, sind die, die ich in Ausstellungen oder in Bildbänden gesehen habe. Die, da könnte ich einige jetzt erklären, aufzählen und vorstellen. Also das ist was ganz anderes oder zum Beispiel sowas wie Schwarz-Weiß-Magazin. Überhaupt Magazine und einfach dieses sich Zeit nehmen für etwas. Und ich habe diese Frage einfach auch mal online gestellt und ich kann da mal ein bisschen zitieren. Und da haben auch einige darauf geantwortet, also genau diese Frage. Und Marc Dessi hat zum Beispiel geschrieben, hat definitiv Einfluss. Im Netz gibt es großartige Bilder, die allerdings zwischen vielen mittelmäßigen gesucht werden müssen. Klasse Ausnahme, der kuratierte Teil der LFI-Galerie. Das ist für mich fast so gut wie ein guter Bildband. Ich glaube, man muss Bilder lesen, erst lernen. Dadurch verändert sich natürlich auch die eigene Sichtweise. Da gebe ich Marc auch recht. Also die, fast eins der einzigen Portale, die LFI-Galerie, weil die kuratiert ist, wenn man da dann mal in die Mastershots geht oder in die einzelnen Kategorien. Das sind schon großartige Bilder. Und da nimmt man sich dann halt auch die Zeit. Oder halt Andreas Jorns, der dazu geschrieben hat, das Betrachten von Bildbänden oder einer Ausstellung hat eine völlig andere Wirkung. Ich halte sie nahezu für eine komplett andere Sportart, in Klammern, im Vergleich zu Online-Bildern schauen. Abgesehen davon, dass die Fotografie erst mit dem gedruckten Bild beginnt, ist die Kuration der Bilder in Bildbänden oder Ausstellungen, aus der sich so viel mehr lernen lässt. Shutter Speed hat geschrieben, hat für Fotografie vielleicht einen Einfluss, aber die Betrachter werden immer mehr zu schnell vorbeiziehenden Konsumenten. Das wiederum ist für die Fotografie nicht gut. Tom Klein hat geschrieben, Fotografie im Internet zu betrachten, sehe ich allenfalls als schnelle, in Klammern, naja, Überblick. Vielleicht entdeckt man den einen oder die andere, von denen man sich auch gern mal ins gedruckte Bildausstellungen, Bücher vertiefen will. Und erst da kommt dann, in Klammern für mich, Inspiration her. Bilder im Internet ist wie Fastfood, Bildbände wie Sternerestaurant, schreibt MS-Foto aus Osnabrück. Willi Rudolf zum Beispiel schreibt, naja, Social Media und das Internet sind hingegen ein aktuelles Abbild der Zahn der Zeit. Problem, du hängst immer in derselben Bubble. Das ist in Ausstellungen natürlich anders. Bilder wirken über andere Medien natürlich anders, auch in Bildbänden. Beides hat Einfluss auf die Betrachter und natürlich auch auf Fotografen. Ich finde es aber schwierig, das eine über das andere zu stellen. Persönlich betrachte ich aber auch lieber analog, ist besser für die Augen. Und so geht das hier immer weiter. Ich gucke nochmal. Ja, zum Beispiel auch wieder dieses Thema Fotos auf dem Smartphone in 0,4 Sekunden. Und was ich auch sagte, ich vermute, dass Fotos in Bildbänden oder im Museum wesentlich länger im Gedächtnis bleiben und somit dich eher beeinflussen. Genau das ist der Punkt. Das eben, das meine ich. Also ich halte Social Media trotzdem für wichtig. Also in meinem Fall, wenn ich mal Instagram nehme, das hat mir viel Gutes gebracht. Und ich habe da auch, also viele Türen haben sich da natürlich geöffnet für Dinge, die ich machen durfte und die ich dieses Jahr zum Beispiel noch machen darf. Darüber hinaus ist es natürlich immer schön zu sehen, was machen Freunde und Bekannte, wie entwickeln sie sich und so weiter. Aber ja, es ist einfach auch so viel, ehrlicherweise, Belangloses, was man dort sieht, dass es schon fast schade ist, dass man die wertvollen Sachen, da würde ich mir hier und da auch andere Filterfunktionen wünschen, dass man mehr das sieht, was einen oder wirklich von den Leuten, die einen interessieren. Und, aber ich glaube, da sind wir alle gleich. Wir laden da alle viel zu viel hoch, viel zu viel Belangloses hoch und die wirklich guten Dinge gehen dadurch ein bisschen unter. Deswegen ist ja auf meinem Account, habe ich schon oft in Vorträgen gesagt, da sind zwar auch zwei, dreihundert Bilder, aber wenn ich mir die Mühe machen würde, das alles mal auf die Zahl zu reduzieren der Bilder, da sind Bilder drin, die sind fünf, sechs Mal drin. Das habe ich oft genug erklärt, warum ich das auch für sinnvoll halte. Und wenn ich das also alles mal aufteilen sollte, dann habe ich da vielleicht effektiv 50, 60, 70 Bilder drin, 50 vielleicht, mehr nicht, weil sie sich wiederholen, weil sie einfach sonst in der Flut untergehen. Und es einfach schade ist, dass man seine guten Bilder, die einem was bedeuten, wenn die auf Platz 256 in einem Profil sind, bei dir zum Beispiel, da werde ich nie hinkommen. So weit würde ich nie runtergehen, um zu schauen, was verbirgt sich da. Also lade ich meine Bilder, die mir was bedeuten, von mir aus 15 Mal hoch oder einmal im Quartal. Das ist mir völlig egal und dafür nutze ich das. Darüber hinaus ist es halt gut, Kontakt zu halten, selbstverständlich. Aber, dass ich jetzt sage, ich werde dort halt kreativ, positiv beeinflusst, immer weniger, in meinem Fall. Und da würde mich mal interessieren, wie siehst du das? Also wie siehst du diese Entwicklung? Oder siehst du das positiv, negativ? Ich glaube halt, dass man irgendwann an einen Punkt kommt, und so ist es bei mir gewesen, dass ein gutes Buch, ein guter Bildband, eine gute Ausstellung. Und ich würde in jedem Fall für mich noch dazufügen, ein persönliches Gespräch mit dem Künstler, das ersetzt für mich keinen Social-Media-Account. Also gerade dann die Chance zu haben, mit jemandem wirklich darüber zu sprechen, seinen Ansatz, ihn kennenzulernen, einen Künstler, einen Fotografen zu verstehen. Und ich glaube sogar, wenn man jemanden persönlich kennt und sich wirklich mit jemandem auseinandersetzt, versteht man seine Bilder auch nochmal viel besser und kriegt einen anderen Blick drauf. Und ja, ich würde mir da auch wünschen, und deswegen glaube ich, hat das alles seine Berechtigung, wenn man irgendwann an einem Punkt ist, wo Fotografie halt doch mehr für einen ist, als einfach nur Bilder zu produzieren und so viel wie möglich davon in die Welt rauszuschicken. Und es muss, also mir ist mittlerweile klar, dass zum Beispiel das Ziel, mal einen tollen Bildband zu haben oder halt eine Ausstellung zu haben unter seinem eigenen Namen, die kuratiert ist, ich hatte leider noch nicht das Vergnügen, aber kann sich wahrscheinlich, wird sich wahrscheinlich ändern, ist ein ganz anderes Thema. Ich fand die Frage wirklich gut und der Günther hat mir noch ein paar andere Sachen halt geschickt. Und ich glaube, das ist, da sind wir wieder beim Thema Selbstkritik und mal das eigene Verhalten, wenn man sich dann aufregt, oh, ich kriege nicht genug Gefällt-mir-Angaben oder ich kriege nicht genug Herzchen, warum ist denn das so? Das hat vielleicht gar nicht so sehr mit deinem Bild zu tun, sondern einfach mit dieser Flut an Bildern, die uns täglich überrennt. Und manchmal ist weniger mehr. Und ich würde mir, ich persönlich würde mir wünschen, dass man viel mehr selbstkritisch überlegt, ist das ein Bild, was die Welt braucht? Also ist das ein Bild, was wirklich, was ich unbedingt hochladen muss oder lasse ich es? Und momentan ist es bei mir zum Beispiel so, ich habe gar nicht viel, das Wetter ist, also mir fehlt hier gerade auch so ein bisschen die Inspiration rauszugehen. Da nehme ich halt meine Bilder, die mir sehr, sehr gut gefallen und zeige die auch mal wieder. Und ich sehe ja, dass da auch mal neue Leute dann mich anschreiben oder kommentieren. Und das ist ja schön. Also es gibt ja keine Regel, dass man ein Bild nur einmal im Internet zeigen darf. Um Gottes Willen ist dein Bild, entscheide du. Und ich möchte halt noch mal Danke sagen, Herr Günther, für die Frage. Und ich bin wirklich jetzt mal gespannt, was ihr sagt, was du sagst. Die Reaktion auf die Podcast-Folge war schon enorm. Und ich wollte das hier gerne noch mal reinstellen. Und jetzt feuerfrei diskutiert drüber, sagt eure Meinung. Ich bin mal gespannt. Und okay, danke für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das ist mal so ein kreativer Anstoß. Das war wertvoll und ich freue mich schon auf eure Kommentare. Werdet und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020